Hey, schön, dass du wieder da bist. Nächste Woche am 9.6. findet mein Live-Seminar hier in Berlin statt. Wahrscheinlich hast du schon davon gehört und dieses Video ist ein letzter Aufruf, dir noch Tickets sichern zu können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich so viele Zuschauer von euch wie möglich da auf dem Live-Seminar begrüßen kann. Der Link zum Live-Seminar bzw. wo du dir mal anschauen kannst, was du dort alles lernst, ist unten in der Beschreibung. Ich fasse es nicht mal kurz zusammen. Du bekommst mein erfolgserprobtes System, was ich auch immer in meinen Coachings vermittle. Vom Ansprechen bis zum Sex bzw. bis zur Beziehung. Also ich zeige dir einfach, welche Schritte du da gehen musst. Und danach sollten da keine Fragen mehr offen sein und du kannst diesen Weg einfach beschreiten. Wir reden über das Thema Männlichkeit, wir reden über die Themen Angst und wie du deine eigene Männlichkeit entwickelst. Und von einem Mann, der sehr viel in Angst lebt, zu einem Mann wirst, der eher mit Mut handelt und in Mut lebt. Ja, ich habe viele Speaker dabei, die zu verschiedenen Themen, die das Ganze ergänzen, nochmal Vorträge machen werden. Und du hast die Möglichkeit, mir deine persönliche Frage zu stellen, dort live vor Ort und sie von mir beantwortet zu bekommen. Das Ganze läuft von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Das heißt, du kannst theoretisch morgens anreisen und abends direkt wieder abreisen. Du brauchst kein Hotel, brauchst keine Übernachtung. Das habe ich extra so geplant, damit es für alle Leute einfach ist. Und dann ist es einfach ein vollgepackter Tag, voller Dating- und Flirtwissen, wo du zusätzlich andere Männer kennenlernst, die auf dem gleichen Weg sind wie du. Und unter Umständen ergibt sich dann ja was, wo du dann mit denen in deiner Stadt unterwegs bist, wenn du aus Hamburg kommst und du lernst jemand anderen aus Hamburg kennen. Hast du da unter Umständen vielleicht sogar einen Wingman, mit dem du in Zukunft rausgehen kannst. Ich würde mich freuen, euch auf dem Event zu sehen. Die Tickets sind jetzt noch verfügbar bis, ich glaube sogar bis einen Tag vor dem Event, außer sie sollten ausverkauft sein, sind die Tickets noch verfügbar. Erster Link in der Beschreibung kannst du mal die Seite auschecken, um rauszufinden, was du auf dem Event alles lernen wirst und kannst dir dort auch direkt die Tickets sichern.